Ja, deshalb bitte ich denn, dass noch was kommt. Weil das Risiko, das schätzen wir als relativ minimal ein. Wenn sie relativ viele sind, als wir hoffen, wenn sich da viele trauen, dann hat man auch große Schwierigkeiten, das wir machen. So, und das machen sie einmal und dann eben nie wieder. Weil das automatisiert sich ja und dann übernehmen sie ja alles immer von uns. Solange das bei Facebook steht und nicht gelöscht wird, nehmen sie da auch eine schöne große Zahl mit Buchstaben ein. So lang wie sie können, dann hat sie. Schreiben sie sich das vorher auf den Zettel. Dann wird sie das schön eingeben und dann wird der Zettel zerrissen. Und das wird die Sache hinledigen. Wichtig ist, dass sie das alles weiter übernehmen. Dann ist es so gut, dann hat sie. Dann werden sie gut unterhalten. Ja, das wäre wichtig, weil wir kommen hier nicht weiter. Ja, das ist unglaublich. Auch die Polizei hat mich hier so sehr enttäuscht. Ich habe ihnen das extra angebracht. Dann haben sie das gleich gesagt. Die Kattung waren, das ist so viel in der Stadt, aber nee. Man hat sich nicht getraut. Und ich möchte nochmal sagen, sie haben die Knüppel und die Pistolen. Das ist schade. Es ist schade und ja, also von Anfang an, also ich glaube seit 2.4. ist denen total klar. Auch den letzten unter die Zeit der W4, das kann man ja nicht mal schauen. Weil die beiden Menschen erzählt haben, dass die dabei so ruhig gewesen sind. Also ich hätte aber den Hals gefiltert. Also wenn die beiden schon erzählt haben, dann wurde der meins geblattet. Das sehe ich heute aber auch so. Ja, deshalb unsere Bitte, helfen Sie uns. Also das weiß man ja am Osten und am Westen. Sollte man es auch langsam wissen. Ich unterhalte mich mit keinem, wenn er mit dem nicht kommt. Den lasse ich stehen und dass die mein ganzes Leben nachher Luft für mich. Den interessiert mich gar nicht. Warum mache ich das hier so? Ja, das will ich Ihnen auch sagen. Ja, wer ist er und wer ist ich? Genau so. Und deshalb mache ich das. So, dann gehen Sie davon aus, damals dachte ich es bei der Intelligenz, ich bin Adel. Ich bin Prinzregent, ne? So, gut. Dann möchte ich dazu nicht sagen.